Das eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Morgen? Freut mich sehr. Ach, hab ich verpasst. Da lässt sich bestehend... Es gibt Matos, die Herren! Demo für die Damen und Amusement für alle Altersgruppen! Diese Statue! Fünfzehn, zwölf hundert nie erschien der Herr Kolumbia, Vater Kostock, und er oft bat er ihm die Zukunft. Und so führte unser Problem die Menschenfahrt und das Turm und Haus hinauf, hinauf in die Stadt, wo sie eine Tochter wegnehmen. Sorry, Mama. Du musst warten, wie alle anderen. Aber hältst du das Grund, dass hier nicht das Grund, dass die Zukunft runterläuft, das Turm, das so gut unter uns zurecht schaffen wird? Viel Glück bei der Verlosung, Leute! An so einem Tag zur richtigen Veranstaltung zu gehen muss. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patronen. Da haben Sie eine Nelke zum Anstecken! Der Wunsch ist kanzlos. Der Wunsch ist kanzlos. Der Wunsch ist kanzlos. Halten Sie den Himmel frei! Jetzt zur Fittbar für alle Bürger Kolumbias. Hot Dogs! Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Roxaphone! Roxaphone! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! In der Kontrolle! Der Weltwunder! Der ist groß! Der ist kraftvoll! Der ist da unten... Der ist da unten! Wir sind da unten! Wir sind dem Schrauben! Der ist da unten! Wir sind da unten! Das ist unser Schrauben! Wir gehen jetzt! Das ist ein Schild, finde ich. Trünnigen Brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Geht mir Feuerschutz! Leid sie mich, Lady Comstock! Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops davor in bei der Verlosung ankamen. Diese Linie geht nach Monument Island. Das muss ich mal probieren. Halten Sie auf! Ja, ich bin nicht! Bitte, Lady Comstock! Er wird doch den Schild! Auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Das ist der Bellart! Ich halte ihn aus! Wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen! Sind sie echt? Ziemlich echt sogar! Kommt! Sie müssen gehen! Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen! Kleinen Moment noch! Ich zieh mich grad an! Ich kann dich hier rausbringen! Man kommt hier nicht raus! Glauben Sie mir! Ich hab's versucht! Jetzt warte doch! Es reicht! Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her? So kommen wir raus! Hier lang! Sie müssen sich zeigen! Wer sind sie? Was wollen Sie hier? Hier lang kommen Sie! Schnell! Da lang! Wir müssen weiter! Es ist das Gebäude auseinander! Sei vorsichtig, Elisabeth! Erkennt Sie meinen Namen! Nicht jetzt! Schnell! 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 Weg da! Lass mich mal! Sie müssen auf den Weg weg! Hier! Sie müssen weg! 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 Nein! Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkler Saar? Sieh dir den an. Schlaf dein Rausch aus, Trottel. Ein Luftschiff. Damit kein Wehe wegkommen. Was für ein Leben. Was für ein Leben. Wenn wir nach Fiete. Ey, Kleine. Kleine. Könntest du... Dieses Luftschiff liegt dorthin, aber wenn du lieber weiter dann... Nein, gehen wir. Kommen Sie, los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Riechen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Verstanden. Ich ruf wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Bleib wo du bist! Vogel! Was soll denn das? Gehen Sie weg von mir! Los! Geh weg von mir! Lass mich raus! Ich will raus! Elisabeth! Bleib mir vor, bleib! Teg, Nelly! Hast du die Hosen voll, Dummchen? Leid ihr die, Nelly! Tor! Hast du die, Komma? Geh weg von mir! Dein Streiktaten? Ha, Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Diese Welten stinkt langweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal, manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier! Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschifter drin? Ich glaube nicht. Aber da... Da... Ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ich versuch's, sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wer meint er das? Luca, sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Ein Soldatendorf! Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe! Hier, Munition! Passt zum Verabschieden! Okay, fang ihn! Danke. Seht's daran, wofür wir kämpfen! Wer? Du siehst? Flockniss! Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den... Doch büßte er es und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peti und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Nehmt euer Wissen! Nehmt euer Wissen! Super gut Nachschub zu liefern! Hör mich fest! Kampflos werde ich nicht untergehen! Kämpfe wie ein Mann! Das war eine gute Tat, Booker! Go! Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinem Leben!